Ich bin da für mich auf die Straße. Geh' denn eigentlich für die Zeit, wie du für die Zeit bist? Sam Pauli! Sam Pauli! Ansocke! Sam Pauli! Ich bin voll gerass. Ich sass, Söcke! Und dann, jetzt, wenn wir ihm, ihm angeholt, dann sag ich, ihm kann noch. Und da war ich nach vier Wochen, da bin ich mit dem Professor am Bilde und er die Bänder, ich sag ja gleich auf einen Grund. Ich sag immer schon, ich kann nur, ich kann nur, ich kann nur, warum schuldig. Und dann war ich lieber gemacht, die Bahn, da ging das ja alle wieder los. Ich sag mal, zieh das, ich bin hier verkehrt, ich helfe oder was. Und er hat mich was vergnagt. Das sagt der Fahrer hier, er gibt uns dann wieder kein Geld. Ich sag mal, ne, ich sag mal, ne, ich sag Pauli, da bin ich voll wegge. Ich hab mich schon mit dem Hut zu verbrannt, ich sag, hab ich voll wegge. Ich sag, kein Geld, ich hab nur ne Scheibe gemacht. Ich sag, du bist voll, ich sag, merkst du, du machst mich los. Und dann hat er gebetet, hat er unter, Hose runter, Halleluja, Amen, das war, das war ein Spiontag. Und dann hab ich so, mein Mann, du musst dich noch rein geschmissen haben. Und dann hab ich das kein Geld auch mit ihm. Hab ich nie gemacht, ich sag mal, das geht auch so nicht. Und dann hab ich schön Frühschirm gemacht. Ein schönen schnappender Mann, also.